Mann, 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 Mann. Ich habe doch diese Wächter sonst immer so schnell besiegt. Hätte ich irgendwas hinter meinem Pad... Nee, doch nicht. Hinter meinem Mauspad. Na, komm raus. Diesmal kann er ihn ohne Bedenken töten. Hey. So, warum war es mit dem anderen ja kaputt? Wenn wir überleben wollen, muss der Wächter sterben. Das ist wirklich besser. Da, den Kopf. Freeman, wir kommen nicht weiter, solange der Wächter lebt. Da ist er, weiß er das, wenn ich weiterkomme. Der Wächter versperrt uns den Weg. Aber nun können wir ihn vernichten. Der Wächter ist weg. Jetzt ist er mal langsam umfallen. Boah. Ah, der Erste ist weg. Ist der Zweite dran. Wo rennt denn der rum? Alter. Komm. Au. Was war das denn? Da ist er. Ich wusste den Monsieur Wächter. Ich wusste den Monsieur Wächter. So. Wo ist er? Da ist er. Noch ein bisschen. Bleib. Oh. Jetzt verschafft. So. Saubere Arbeit, Coden. Tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen konnte. Ich schwächle noch ein wenig. Ich habe eine Errungenschaft geholt. Mal gucken. Besiegen Sie beide Wachen der Ameisenlöwen vor White Forest. Gute Arbeit, Freeman. Freeman, sehr gut. Er hat diese Wachen geradezu niedergewägt. Ah ja. Geht, ne? Vorwärts. Das gesuchte Fahrzeug befindet sich oben im Lager. Dann wollen wir weiter. An diesem Fahrstuhl gelangen wir direkt zum Fahrzeug. Gut. Dann macht den mal an. Ich habe euch zwar in Half-Life 1 niedergemäht, aber okay. Der Fahrstuhl scheint oben blockiert zu sein. Ah, jetzt muss ich noch weiter ausruhen. Oh. Steinschlag. Ich höre schon wieder Geräusche, die mir nicht gefallen. Uff. Äh, ja? Wo bin ich jetzt gelandet? Na, hier bin ich jetzt. So. Dann wollen wir nochmal hoch. Jetzt habe ich die ganze Munition gerade verbraucht. Äh, ja? Ah. Na, ich muss ja eben vom Aufzug runter. Nein! Verdammt. Ich werde wieder von oben anfangen. Upsa. Huah. Huah. Danke, Gordon. Ach so, hier ist der Knopf. Ich muss ja vorgehen. Upsa. So, weiter geht's. Komm, mach. Ich brauche ein bisschen neue Munition. Ich muss hier alles in diese Wächter reinpumpen, ey. So. Oh Gott. Die Combine haben sie gefunden. Aber es hat ihnen nichts Gutes gebracht. Kopfgraben haben sich auf beide Gruppen gestürzt. Sieh mal. Da auf der Brücke. Ich sehe das Auto, von dem du gesprochen hast. Hm. Ist hier kein Auto. Anscheinend haben sie versucht zu fliehen, sind jedoch nur bis zum Abgrund gekommen. Also wenn sie es rübergebracht haben, schaffen wir es vielleicht wieder auf diese Seite. Wir empfehlen Dr. Freeman für diese Aufgabe. Hey. Mir geht schon viel besser. Das war jetzt ein montiertes Gewehr. Mal wieder. Hier. Hier. Ich schalte das Feld aus. Viel Glück, Gordon. Vorsichtig. Gut. Oh Gott, ich kenne dieses Geräusch. Tschüss. Jetzt ist der Tag ein Tor. Und das ist der Tag. Du kannst hier.